Der Bitcoin-Kurs meldet sich zurück über 23.000 US-Dollar und bedanken können wir uns bei diesem jungen Mann hier, denn er hat gestern, ich will nicht sagen für Partystimmung gesorgt, aber für ein Durchatmen, denn seine Reaktionen auf die, ja, guten Arbeitsmarktdaten waren eigentlich wie immer ganz entspannter Talk gestern von ihm. Es gibt neue Insights von der DCG und auch das sorgt für Aufatmen. Wir scheinen wohl eine Lösung gefunden zu haben. Genesis könnte gerettet werden, zumindest gibt es eine Einigung, was das jetzt alles bedeutet und warum Microsoft, Google und eigentlich alle Player gerade auf AI setzen und das große Thema Nummer 1 ist, das findet ihr jetzt im Video heraus, deswegen zurücklehnen, anschnallen und viel Spaß beim Update. Hallo Leute, herzlich willkommen zu dem Bitcoin2Go News. Ihr seht es hier oben und hier der Live-Indikator, der grün ist bei Bitcoin und uns das natürlich ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Ich meine, guckt es euch an, hier das Meer in Grün, wirklich außer XMR eigentlich alles durch die Bank weg, bullisch. Wir haben Matic bei fast 1,30 mittlerweile auch an wichtigen charttechnischen Grenzen unterwegs und The Graph, einer der Gewinner des Tages, zur anderen auch Sandbox. Da gehe ich gleich natürlich näher darauf ein, warum das alles so ist und worauf man jetzt gerade achten sollte, gerade bei Altcoins. Wir gucken aber vorher auf den Bitcoin-Kurs in den Stundenkennels. Und warum gucke ich mir die immer an? Ihr wisst, ich kann immer so schön rauszoomen und im Prinzip sind wir eigentlich immer noch irgendwo im Nirgendwo, wenn man denn so will. Jetzt suche ich mich hier nochmal raus, reagiert natürlich gerade in dem Moment das Trackpad nicht so gut. Aber hier sehen wir es, wir sind immer noch in dieser 23.000er-Region. Das ist jetzt noch nicht wirklich aussagekräftig, was wir gestern erlebt haben. Aber, und das muss man zumindest mal positiv erwähnen, die Sorge, dass die Fed jetzt doch schon die herrscheren Töne anstrebt nach der letzten Woche, nach den überraschend starken Arbeitsmarktdaten, das ist nicht gegeben. Deswegen war es vielleicht ganz gut, dass John Paul gestern gesprochen hat. Ich gehe da gleich näher darauf ein, aber ihr seht schon hier in den Stundenkennels, ihr könnt dreimal raten, wann er geredet hat, nämlich genau in diesem Moment. Es ging erst richtig fett hoch, dann wurden welche auf dem falschen Fuß erwischt, es ging runter und letztendlich hat sich der Markt darauf geeinigt. Das, was gesagt wurde, ist schon ein bisschen angenehmer anzuhören und deswegen konnten die Märkte da gestern nochmal pumpen. Ich muss echt sagen, bin ich einfach auch noch nicht von überzeugt. Ihr wisst, es gibt noch große Fragezeichen, Hashtag Big Flip, worauf ich gleich nochmal kurz eingehen werde. Aber wir schauen jetzt erstmal weiter im Text. Und Mercy Highland sieht zumindest im RSI Breakout-Chancen für den Bitcoin und die Struktur des Aufwärtstrends, wie er es auch gesagt hat, sie hält. Das heißt, wir könnten hier durchaus nochmal den Angriff auf Richtung 25.000 versuchen, aber das Ganze, wie gesagt, nur möglich mit Impulsen, die weiter vom Finanzmarkt kommen. Jetzt bleibt außer dem, was John Paul gesagt hat, in dieser Woche nicht mehr viel. Das gucken wir uns gleich natürlich auch an. Aber da muss man sagen, besser, ich sage mal so schön, als Fritten aus der Tonne. Benjamin Cohen sieht weiter die Gefahr, eben das Death Cross auf Wochenbasis. Wir haben das Golden Cross jetzt bestätigt auf Tagesbasis. Alles Indikatoren, die ohnehin passieren werden. Ob wir jetzt im Weekly hier mehr Gewicht geben, guckt euch das letzte Video an. Da habe ich ein bisschen mehr zu gesagt. Aber will ich jetzt nicht weiter auffächern. Wir gehen mal ein bisschen weiter durch, denn vielleicht wird das Video sogar kürzer als alle anderen zuvor. Man weiß es nicht. Der S&P, da gucken wir jetzt nochmal drauf, auf den Live-Markt aktuell. 4.163 Punkte. Wir gucken gleich auch nochmal auf den Chart drauf. Das war gestern auf jeden Fall ein starkes Statement. Wir sind angetrieben eben von Jerome Powell, aber vor allem auch von Tech-Werten, die gerade massiv vom AI-Hype profitieren können. Wir haben den Euro ansonsten bei 1.07, ein bisschen stärker, weil der US-Dollar Federn lässt. Und interessant auch wieder die Anleihenmärkte, denn die haben gestern natürlich auch direkt reagiert auf die Aussagen von Jerome Powell. Und da geht es jetzt bei den Renditen wieder ein bisschen runter, weil man merkt, ja, der alte Mann, der redet eigentlich auch immer nur das Gleiche. Man glaubt ihm, wie gesagt, nicht. Und das sehe ich weiter als große Gefahr. Nichtsdestotrotz hier ein positives Signal. Man entfernt sich weiter von der Trendlinie und könnte diesen Run hier weiter befeuern und vielleicht sogar wirklich Richtung 4.300, 4.400 oder höher wandern. Dafür ist das Eis aber weiter dünn, meiner Meinung nach, liegt an vielen Faktoren. Und einer wird zumindest auch in der nächsten Woche vor allem das große Thema Inflationsdaten sein. Sollte es hier eine negative Überraschung geben, wie zum Beispiel jetzt auch die negative Überraschung bei den Arbeitsmarktdaten, obwohl die doch eigentlich toll sind. Hey, voll beschäftigen wir in den USA. Ja, an der Börse ist das eine schlechte Nachricht. Man hat halt Angst vor der Fed. Und wenn die Inflation jetzt nicht so reagiert und nicht so weiter schön runterläuft, den Disinflation-Charakter weiterfährt, dann sollte man sich hier warm anziehen. Zeige ich gleich nochmal, was da auf uns zukommt. Wir haben ansonsten eben genau dieses Leitthema hier, Jerome Paul. Ich hatte ihn ja gerade im Intro gezeigt. Was hat er eigentlich erzählt gestern? Man muss dazu sagen, es war erstmal so ein entspanntes Podium. Man lehnt sich so ein bisschen zurück, so ein bisschen gechillt. Ist er die Fragen eingegangen, die schon teilweise recht hart waren. Aber man merkt, der Mann weiß, was er erzählt. Denn er erzählt seit Monaten genau das gleiche, Leute. Und das ist die Erkenntnis von gestern. Es ist nichts Neues. Nichts Neues bedeutet aber auch, dass man gerade in einer entspannten Atmosphäre, wie es gestern war und den Jerome Paul wieder sehr entspannt erlebt, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, ja, glauben muss man ihm nicht. Und das habe ich euch gesagt, ist eine große Gefahr. Don't fight the Fed. Er sagt, Zinsen bleiben oben. Vielleicht gibt es Zinsschritte noch nach oben. Was aber hängen geblieben ist in den Ohren von den Bullen hier, ist just at the beginning of the Disinflation process. Er hat also einfach mal Disinflation halt nochmal genannt. Es funktioniert. Es läuft. Und wir sind vielleicht gerade am Anfang. Yeah, geil. Dann funktioniert ja die Notenbankpolitik. Geht 1a auf. Man darf aber eben, wie gesagt, nicht vergessen, was passiert, wenn Vollbeschäftigung ist und die Zinsen hoch sind und immer noch der Kampf gegen Inflation ist. Denn vorbei ist er nicht. Wir werden die nächsten Daten eben in der nächsten Woche sehen. Und ansonsten, die Rates bleiben hoch für eine gewisse Zeit. Andere Notenbanker haben schon ein bisschen durchlauten lassen, dass mal vielleicht doch über Zinssenkung auch nachgedacht werden kann. Sehe ich in diesem Marktumfeld bei Vollbeschäftigung ehrlich gesagt nicht. Julian Timmer hat noch was geteilt, was ich sehr interessant fand. Denn er sieht zum Beispiel auch ein bisschen Probleme, was das Level des S&P gerade angeht. Denn mit seinem Modell, mit seinem Equity Valuation Model sieht er gerade das 18,3-fache der Bewertung beim S&P in Bezug auf die Earnings, die jetzt noch kommen werden. Und die wurden ja schon teilweise revidiert. Und man hat eben auch jetzt mit Blick auf die letzten Quartalzahlen deutlich gesehen, dass die Ausblicke nicht ganz so rosig sind. Und dass vor allem gerade in dieser Quartalsaison kurzfristige Effekte gegriffen haben. Das heißt Kostensinkungen, Aktienrückkaufprogramme und, und, und. Das, was kurzfristig die Börsen befeuert. Nichts, was hier noch für eine langfristige Trendwende spricht. Ja, also verstehe mich da nicht falsch. Ich feiere jede Party mit. Ich genieße jeden Bullrun. Ich genieße genau das, was gerade passiert. Die bullische Phase, vielleicht das Ende einer bärischen Phase. Aber dafür ist noch nicht genug gegeben. Und er sagt das hier auch nochmal, dass wir gerade in einem Earnings- und Rate-Cycle sind. Aber vor allem, dass der Bärmarkt mit Blick eben auf die Earnings und auch auf die nächsten Zahlen bei einer Bewertung von 4200 Punkten, ich mache das jetzt hier nochmal groß, hier steht es, mit einer Bewertung von 4200 Punkten, nicht wirklich ein tolles Level ist, um seine Allocations zu erhöhen. Und das sehe ich zumindest mal genauso, denn ich muss jetzt kein Bär sein, um hier zu sagen, oh, jetzt crasht es und brrrr, jetzt fliegt alles weg. Nee, das bin ich auch gar nicht. Sondern ich sage, mit den Daten, die wir gerade haben, mit der Euphorie, die am Markt gerade da ist, sehe ich diese Levels einfach gerade als schwierig. Und fragt euch da auch mal selbst, wie euphorisch ist wirklich auch das Umfeld außerhalb dieser Bubble? Im Prinzip ist eigentlich nur so gerade linker und rechter und wir traden so ein bisschen unter uns. und viel mehr außerhalb des Marktes kommt gar nicht, denn das Interesse ist weiter niedrig und das birgt eben immer auch Gefahren. Wir hatten eine absolute Überverkaufsphase, ganz sicher, gerade auch bei Krypto. Und da gehen wir jetzt gleich auch darauf ein, aber das ist so ein bisschen das Damoklesschwert. Und hat mir das Thema Big Flip, da werde ich jetzt heute nichts mehr zu sagen, empfehle euch mein neuestes Video bei Finanzwissen, wo ich nochmal tiefer auf den Sachverhalt eingegangen bin. Ihr findet den Link zum Kanal unten in der Beschreibung. Ich werde vielleicht sonst das Video auch nochmal direkt verlinken. ein Fehler mit Folgen. Hier geht es vor allem um die Zinspolitik der FED und eben die Sorge oder was passiert, wenn man eben der FED nicht glaubt. Und ja, ob der Finanzmarkt nicht in einer Inflationsfalle ist. Denn nichts anderes bedeutet der Big Flip. Jetzt steigende Kurse, aufgeschobene Rezessionen beziehungsweise dann eben auch dieser Echo-Effekt, dass es dann doch nochmal richtig runterknallen könnte. Gucken wir schnell nochmal auf das, was diese Woche noch kommt. Da kann ich euch sagen, es kommt nichts mehr. Deswegen wird das nächste News-Update auch erst am Montag kommen. Ich bin beruflich unterwegs und auch nächste Woche ein bisschen beruflich unterwegs, aber am Montag gibt es dann das nächste Update. Es gibt diese Woche eben auch nichts mehr wirklich Explosives. Ich lasse mich gerne Lügen strafen, wenn die nächsten zwei Tage aus Überraschendes kommt, melde ich mich natürlich. Und ansonsten bleiben noch Quartalzahlen. Aber wichtig, hier gucke ich mal vielleicht schon mal kleiner Sneak-Peak auf die nächste Woche und das ist am Dienstag ganz, ganz spannend. Da werde ich dann definitiv auch nochmal ein Update geben. Die Core-CPI-Daten, das wird super interessant. Die Inflationszahlen, da werde ich auf dem Finanzkanal auch nochmal was machen. Und ja, da wird der Blick drauf sein. Denn sind die enttäuschend, ich habe es gerade schon geteasert, dann sieht das alles vielleicht doch ganz schnell wieder anders aus. Und da bin ich auch bei meinem Fazit beim letzten Mal. Da bleibe ich auch bei. Wir sind gerade auf einem guten Weg. Der ist schön, aber es ist so wirklich 50-50. Gute, schlechte Nachrichten geben sich die Waage. Jede Überraschung kann das Pendel hier in eine Richtung schlagen. Dass das schon Paul gesagt hat, war gestern keine Überraschung. Es kommen noch ein paar Unternehmensdaten. Nicht so interessant, also schon viele interessante für diejenigen, die investiert sind, definitiv. Den Gesamtmarkt wird es nicht weiter jucken. Die interessiert dieses Thema. Und da hat Microsoft gut lachen. Jetzt nach Google, nach Baidu, auch Microsoft mit dem AI-Hype-Train. Hier wird weitergefahren. ChatGPT hat das Ganze ja aufgeschlagen. Und so hat man vor allem diese Tech-Werte deutlich im Plus gesehen. Und das treibt vor allem auch den Kryptosektor und den AI-Sektor, den wir uns gleich nochmal anschauen werden. Also auch hier Microsoft jetzt mit einem AI-Produkt. Überall gibt es AI, Leute. In jedem Unternehmen gibt es Artificial Intelligence, gerade bei den Tech-Unternehmen. Aber nicht jeder fährt halt ein Chatbot auf oder sonst irgendwas. Und da hat Microsoft und andere Aktien gut lachen, sind wieder bei zwei Billionen Bewertungen. Dem Markt geht es offensichtlich zu gut. Gut könnte es auch den Gläubigern gehen von der DCG bzw. von Genesis. Denn, und das hatte ich in den letzten Videos auch wieder gesagt, es gibt eine positive Überraschung. Wir sind an einem Punkt, wo sich für mich überraschend die Pleite der Crash von der DCG vielleicht tatsächlich abwendet. Denn die Genesis hat eine Einigung getroffen mit den Gläubigern, mit den Hauptgläubigern. Hier vor allem eben vertreten auch durch eine Anwaltskanzlei. Da ist unter anderem auch Gemini dabei. Das heißt, alles, was hier sich gerade abspielt, spielt sich letztendlich auch für über 340.000 Kunden bei Gemini Earn up, die sehnsüchtigst auf ihr Geld warten. Und es scheint, wie gesagt, eine Einigung zu geben. Die Digital Currency Group verkauft mehrere Anlagen zudem. Das heißt, gerade wird nochmal vergünstigt ein paar Trust-Anteile der kleineren Trusts verkauft. Das heißt, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash und alles, was sie sonst so haben. Die sammeln gerade so 20, 30 Millionen damit ein. Hier geht also ein bisschen Liquidität in die Kassen. Reicht natürlich nicht, um die Gläubiger hier zu besänftigen. Da geht es um über 1,1 Milliarden. Aber, und auch das ist eine wichtige Erkenntnis, Genesis wird sich auch aus der Gruppe verabschieden. Der Verkauf oder beziehungsweise die Umschichtung wird hier stattfinden, um eben, sage ich mal, die schwierigen, herausfordernden Arme hier letztendlich dann auch abzuschneiden. Gut, gehen wir weiter im Text. Also das ist eine sehr, sehr positive Nachricht. Da kommt natürlich auch eine negative Nachricht, wo ich zugeben muss, ist mir sowas von egal. Kryptofirmen dürfen beim Super Bowl keine Werbung schalten dieses Jahr. Ja, wen wundert es. Nach dem Desaster von FTX, und das war eine große Werbebanner im letzten Jahr, wird es keine Werbung geben. Ich kann auch mal ganz ehrlich sagen, keine Kryptobörse oder Firma kann sich das aktuell leisten, beim Super Bowl einen Werbespot zu schalten. Will keiner hören, wird keiner hören. Und entsprechend ist das eine Nachricht, die man auch wegwischen kann. Und da seht ihr, es ist sehr, sehr dünn im Nachrichtensegment. Also da brauchen wir nicht irgendwie auf Impulse hoffen. Das Lightning Network, ansonsten vielleicht nochmal eine positive Erwähnung wert, hat jetzt eine neue Rekordcapacity erreicht. Das ist auf jeden Fall schon mal gut in Bitcoins. Also das Netzwerk der Second Layer wächst, ist aber eben noch mit 5500 BTC wirklich klein. Das muss man mal ganz nüchtern betrachten. Und wenn wir nüchtern sind, dann gucken wir uns auch nochmal die Trends an, und gehen jetzt ins Marktupdate rein, und da sehen wir eben, was ich auch sage, Interesse geht runter, steigende Kursinteresse geht runter, Interesse nicht explosiv. Und das ist eben genau das, was ich sage, was auch ein bisschen das Problem an dieser Rallye ist. Das ist nicht hier die Bullenrallye von 2017 oder von 2022 beziehungsweise 2021. Das hat damit gar nichts zu tun. Denn es kommt nichts von außen, es kommt kein frisches Blut rein. Und so doof es sich anhört, es braucht frische neue Marktteilnehmer, damit es auch weiteres Wachstum gibt. Und ich spreche auch für den Finanzmarkt, aber vor allem im Kryptosektor, der natürlich kleiner ist, ist das schon durchaus relevant. Deswegen lasst die Korken krachen, nehmt die Gier, nehmt das mit, was gerade so passiert. 58, das Gierlevel noch okay, aber seid einfach auf der Hut. Und ich will da, wie gesagt, kein Bär sein, sondern nehmt Gewinne mit. Nur wer Gewinne realisiert, gewinnt auch tatsächlich. Die Bitcoin-Dominanz gewinnt ansonsten nicht so viel dazu. Wir sind jetzt unter die 44er-Marke weiterhin gerutscht. Die Altcoin-Season flammt nicht wirklich auf, auf Monatsbasis 50-50. Aber ich schwöre euch, springen wir das Ganze jetzt nochmal einen Monat vor, dann sehen wir eben hier rückblickend, dass wir schon gerade mittendrin sind. Denn schauen wir uns die Trending-Coins der letzten 30 Tage an. Wir haben jetzt Oasis Network als neuen Trending-Coin dabei. Und ich habe es euch ja gesagt, vor allem der AI-Bereich, Singularity-Net, The Graph jetzt auch noch Trending, auch so ein bisschen, sagen wir mal, die Fühler-Richtung AI. Aber vor allem sind da auch eigene Themen relevant. Die werde ich gleich noch ein bisschen auffächern. Und andere Themen. Ich mache die jetzt einfach mal auf, weil hier kann man das jetzt gerade tatsächlich gar nicht so gut sehen. Ein großes Thema ist eben AI. Ich habe es auch geteilt auf dem Twitter-Kanal. Auch da findet ihr den Link in der Beschreibung. Wer täglich regelmäßig die schnellsten News will, der guckt da einfach drauf. Ich haue alles raus, was ich finde, was relevant ist. Und das ist relevant. Google beschäftigt sich mit AI. Barth heißt das ganze Ding. Wir haben Microsoft gerade gesehen. Wir haben Baidu gesehen. Und die Reaktion der AI-Coins gestern, vorgestern, guckt euch diese Performances an. 34%, 64%, über 220% plus. Das ist nicht mehr normal. Das ist gerade der Hype-Train. Das nächste coole Ding, was gerade erzählt wird. Und das sage ich euch immer wieder. Bei den Narrativen passt da einfach auf. Eine gute Geschichte ist schnell erzählt. Die verbreitet sich auch schnell. Die ist aber genauso schnell auch wieder vorbei. Heißt nicht, AI ist gekommen, um zu gehen, sondern ist gekommen, um zu bleiben. Definitiv. Die Frage ist nur, wie lange wird ein Hype eben so ausgepresst? Und gerade mit Hinblick darauf, dass wir viele Trader einfach innerhalb des Ökosystems haben, wird es auch einige geben, die dann eben wieder umschichten und ihr Risiko abverkaufen. Das erleben wir dann immer schnell, wenn es ein bisschen runtergeht. Seid einfach auf der Hut. Aber Glückwunsch an jeden, der hier was mitnimmt. Und gucken wir mal gerade auf den AI-Hype-Bereich drauf. Dann sehen wir, der ist natürlich Trending mit Singularity Net, Fetch AI und jetzt neu auch Largest Gainer Big Data Protocol. Guck dich mal die Performances an. 282% plus in sieben Tagen. Okay, das Trading-Volume ist nicht so hoch, aber es reicht. Es reicht. Ich meine, das hier reicht nicht, 800.000. Das ist ein Money Grab. Aber das ist brutal. Ihr seht, alles auf dünne Liquidität gebaut. Sieben Tage hier extreme Kurs-Performances immer noch. Man muss mal sagen, Singularity Net, wie die gestiegen sind. Auch 1.000, 1.500% ja bald. Also es ist ja geisteskrank seit Januar. Also der Run wird auf jeden Fall mitgenommen. Und wir sehen es auch an der Börse, an den Tech-Werten. Alles mit AI geht gerade ab. Und die Geschichte erzählt sich schnell weiter. Denn was kommt nach AI? Metaverse wird auch wieder zurückkommen. Jede gute Geschichte, die noch nicht zu Ende erzählt ist, wird wiederkommen. Und wenig verwunderlich, dass dann zum Beispiel gerade auch wieder eine Trending-Topic eben das Metaverse ist. Gaming-Tokens. Auch hier, Leute, guckt euch die Volumen an. Das ist zum Vergessen. 188.000. Braucht ihr gar nicht erst gucken. Wilder World 2,5 Millionen. Sandbox, okay, fast eine Milliarde. Das ist was. Und die sind 26% gestiegen. Da gehen wir jetzt mal auf die Gewinner des Tages, nämlich The Graph und Sandbox. Da haben wir noch Chilis. Immutable Eggs. So ein bisschen der Zwitter zwischen, beziehungsweise die Kombination zwischen Metaverse und Layer-2-Romantik. Also zwei Narrative in einem. Durchaus auf jeden Fall mal ein Thema. Ich werde zu Crypto2Go auf dem Zweitkanal auch nochmal was zu dem Thema machen. Aber das jetzt mal zu The Graph. Warum sind die denn so stark gestiegen? 47% geht es hoch. Und das trotz eines Token-Unlocks. Und das ist eigentlich immer schlecht. Denn wenn Tokens unlocked werden, werden mehr Tokens verkauft. Es wurde noch sehr viel zu Coinbase gesendet. Das Gute aber, wenn dieses Damoklesschwert verschwindet und der Verkauf durch ist, dann sind die Scheunen offen. Und man muss bei The Graph auch sagen, es ist fundamental ein wichtiges Projekt. Ja. Für mich weiter, was den Investment Case angeht, etwas schwieriger. Aber eine gute Geschichte erzählt sich eben weiter. Und fundamental The Graph. Und wenn man sich auch ansieht, wie viel sich eben mittlerweile in dem Projekt beteiligen. Hier geht es immer weiter. Das ist ein wichtiger Case, der hier erfüllt wird. Entsprechend auch eine gute Geschichte, die dann auch für gute Performances sorgt. Bei Sandbox auch eine gute Geschichte. Nämlich die Kooperation mit Saudi-Arabien für ein Metaverse oder was auch immer da gemacht wird. Ich weiß es nicht. Sorry, erstmal nochmal an der Stelle für das Chaos. Aber ja, da ist auf jeden Fall mal ein bisschen Romantik drin. Deswegen steigen auch vor allem Sand und Metaverse Coins heute. Aber ihr bräuchtet euch auch nicht wundern, wenn das ganze Rad sich nochmal ein bisschen weiter dreht. Und nämlich das Risiko von AI runter geht. Und sich dann eben weiter runtershiftet in die anderen Narrativen, in die anderen Geschichten, in Meme-Coins vielleicht. Weil gerade gar nicht viel mehr sonst geht. Viel mehr kommt von oben nicht. Und da muss man eben tiefer graben, um hier nochmal Performances zu schaffen. Und das machen die Trader. Und die sind da eben sehr aktiv. Seid deswegen auch aktiv. Und jetzt kommen wir mal zum Ausblick. Also aktiv, wenn ihr da auch Gewinne machen wollt. Nehmt sie mit. Ansonsten gewinnt ihr nicht. S&P-Chart bleibt weiter wichtig. Vor allem jetzt gerade mit Blick auf die Erkenntnisse, die ich gerade noch geteilt habe, ist auch die 4200er-Marke ein sehr, sehr wichtiges Thema. Die Luft ist dünn. Aber das sage ich auch schon, wie gesagt, länger. Und da mache ich übrigens auch keinen Hehl draus. Ich kann sagen, die Luft ist dünn. Genauso auch bei Eide, Halb ist durch. Aber solche Geschichten erzählen sich manchmal schon noch länger. Und gucken wir uns den Markt oder das Marktumfeld gerade an. Und das gehört jetzt auch zum Ausblick so ein bisschen. Dann sehen wir, und das habe ich ja gerade gesagt, dass vor allem untereinander, sage ich mal, auch viel gehandelt wird. Und von außen aber weiter das Fragezeichen bleibt. Ja, was ist denn jetzt mit dieser Inflation? Was ist mit der Rezession? Jede Woche gibt es irgendeine Entscheidung und am Ende sitzen wir hier immer noch und wissen es nicht. Und das ist eben das Ding, Leute, wir müssen hier Geduld haben. Und diese Rallye kann durchaus weiterlaufen. Dass irgendwann nochmal eine Korrektur kommt nach solchen starken Anstiegen, wäre dann auch normal. Die Frage, die viel wichtiger ist, sehen wir nochmal ein neues Tief. Und dass wir dann nicht kommen, wenn nicht überraschend negativ ist, was passiert. Oder uns eben die Inflation nicht wieder um die Ohren zischt. Und da werden wir zumindest nächste Woche wieder die ersten kleinen neuen Erkenntnisse bekommen. Und so hangeln wir uns eben von Monat zu Monat, von Zahl zu Zahl. Ich möchte euch hier nochmal kurz den Bitcoin-Kurs zeigen im Vergleich zum Zyklus 2017 bis 2019. Wo wir auch eine bärische Rallye erlebt haben, dann nochmal einen Abverkauf, der eben kein neues Tief markiert hat. Und das ist, glaube ich, auch aus charttechnischer Sicht ganz wichtig bzw. ganz interessant. Wenn wir uns das jetzt mal hier angucken, das Orangen ist der aktuelle Kursverlauf. Dann sehen wir eben ein ähnliches Szenario. Wir haben dieses Black Swan Event von FTX wieder eingepreist. Und ab dem Zeitpunkt wird es erst interessant. Denn ab hier ist eine Rallye eigentlich wirklich erst ernst zu nehmen. Und da hat es eben dann so eine Rallye auch mal nach 50 Tagen, 60 Tagen wieder runtergerissen. Heißt, wir haben also noch ein bisschen Zeit seit Rückkehr quasi in die FTX-Alles-Okay-Zone. Sind wir mit ein bisschen Luft nach oben. Aber auch hier hat es eben in der Vergangenheit nochmal einen Dip-Down gegeben. Aber kein neues Tief. Ob das so kommt, wie es kommt, die Vergangenheit sagt nicht die Zukunft aus. Ein Modell. Viele mögliche Modelle gibt es auch, die was ganz anderes zeigen. Seid da einfach vorsichtig. Wir sind in einem sehr, sehr schwierigen Marktumfeld. Und deswegen auch der Psychology of Market Cycle für mich immer ein wichtiger Indikator. Aber es ist sehr schwer zu sagen, wo wir gerade stimmungstechnisch sind. Wir sind nicht in der Euphorie oder Optimismus. Und Hoffnung sind wir auch noch nicht. Schreibt mir gerne rein, wenn ihr schon hoffnungsvoll seid. Dafür ist mir einfach zu viel Schlechtes noch im Markt unterwegs. Dafür bin ich selber einfach noch zu vorsichtig. Aber ich freue mich über jede Rallye, ob die disbelief ist oder nicht. Die nehme ich mit Kusshand in der Hoffnung, dass wir dadurch nachhaltig mal wieder was aufbauen. Denn was wir nicht brauchen, wäre ein Up and Down, wie es jetzt die ganze Zeit so weiterging. Ein ständiges Hoch und Runter. Sondern ein nachhaltiges, ein langfristiges Wachstum. Denn dann auch erst langfristig lässt sich wieder ein bisschen besser was absehen. Es wird weiter ein Jahr der Achterbahnfahrt vielleicht. Gerade sind wir auf dem Weg nach oben. Ich hoffe noch eine ganze Zeit lang. Wenn euch das Video gefallen hat, euch ein Mehrwert geliefert hat, gerne ein Like da lassen. Kommentieren für Anregungen. Vielleicht für weitere Videos, die ihr gerne sehen wollen würdet. Neben News. Ansonsten gerne auch teilen Leuten, die das ganze Thema auch interessiert. Und Leute, die sich vielleicht wirklich auch mal mit dem Thema Geld beschäftigen sollten. In diesem Sinne Leute, ich würde sagen, macht's gut. Wir sehen uns Montag wieder. Bis dahin und ciao.